Moin Moin, einen wunderschönen Herzlich Willkommen bei Whisky World. Ich bin der Tomek und heute habe ich euch einen Mordlach mitgebracht. Ja, abgefüllt von Signatory Vintage, abgefüllt für Malts & More für Wedel. Ja, Wedel, kleine Stadt, Schleswig-Holstein, direkt Anschluss an Hamburg und Malts & More ist ein kleiner Versandhandel, da habe ich den Whisky auch her und das ist eine limitierte Abfüllung. Ich bin der Meinung, die Jahre davor haben die schon mal eine rausgebracht, in dieser, wie sagt Bobby immer, Kim Kardashian's Arsch ist das. Ich glaube auch ein Mordlach, einfach nur ein anderer Jahrgang. Ja, die typische Verpackung, Signatory Vintage, das ist ihr Stier, die Cask Strength Collection und wir haben hier einen Mordlach 2003 destilliert, genauer gesagt 9.06.2003. abgefüllt, 10.05.2016, somit hat er 12 Jährchen, gereift in einem Bourbon Barrel und wir haben hier das Fass Nummer 800-222 und 221 Fläschchen für die Welt, nicht sonderlich viel, abgefüllt mit 60,2 Volumenprozenten, das ist schon meine Ansage. Ja, und diese Flaschen sind einfach grandios. Ich zeige euch den nochmal. Ich liebe sie. Ich liebe sie. Allein diesen Oschi hier oben und das Schöne an diesen Flaschen ist einfach, haben wir letztens drüber gesprochen, die Flasche gab es übrigens auf der Whisky-Verkostung, auf der letzten, kam sehr gut an. Ich rieche ihn hier schon. Dieser schöne Hals hier, dieser abgerundete, wenn man einschenkt, das sind tatsächlich die einzigen Flaschen oder die wenigsten Flaschen mitunter, wo man irgendwie keine Tröpfchen daneben verschüttet. Der geht so wunderbar rein. Da braucht man dann die Rumpitscher und Gornacks. Sollten sich mal einige, mal eine Scheibe abschneiden. Den finde ich nämlich grandios und dieser riesen Pilz hier. Zack. Weg. Ja, Mordlach. Sechs Brennblasen. Hauptsächlich produzieren sie für die Blendindustrie. Haben wenig eigene Originalabfüllungen. Es gibt irgendwas ohne Altersangabe und dann 18-Jährigen und keine Ahnung, diverse andere. Aber, sobald die Mordlachs unter eigenem Namen, die abgefüllt wurden, an einen Namen, sobald die Mordlachs ein Alter tragen, die unter eigenem Namen abgefüllt wurden, sind sie im Grunde schon fast unbezahlbar. Es sind so horrende Preise, so abgedriftet. Es gibt dann auch von Gordon McVale, den 15-Jährigen zum Beispiel, eine Abfüllung, die ich euch ans Herz legen kann. Wenn ihr dann noch Flaschen kriegt, ich glaube, der wird langsam so ein bisschen rar. Zumindest sind die Preise auch gestiegen. Ja, da müsst ihr euch mal dran halten. Dieses Einzelfast wurde hier abgefüllt für Home of Malt in Wedel oder Malt, Malt and More heißen die jetzt früher, Home of Malt oder Home of Malt, wie auch immer, zum 12. Geburtstag, Shop-Geburtstag, glaube ich. Ja, Preis, 70 Euro. Nicht gefärbt, nicht kühlgefiltert. Und, ja, Mordlach gehört dem Diageo-Konzern, Ex-Burban-Barrell, habe ich, glaube ich, gesagt, genau. Ja, schön hell, ne? Burban-Fass. Gucken wir mal. Und ich werde verflixt noch mal kein Wasser reintun. Ich trinke heute eh keinen mehr, den ziehe ich mir jetzt so rein. Und die 60,2, ja, irgendwo sind sie, aber passt. Beißt nicht in die Nase. Sehr frisch, sehr sahnig. Erinnert an diese Bonschies, wird das echter, so richtig Sahne-Bonbon. So, ein bisschen Toffee noch. Eiche. Holz. Sehr frisch. Ja, und so eine leichte Heunote. Also, wie gesagt, wenn ihr dann noch ein Whisky trinken wollt, empfehle ich natürlich noch ein paar Tropfen, was einzeln zu geben. Ich werde es jetzt nicht machen. Ich werde ihn einfach mal so probieren. Und wenn mir die Tränen kommen, dann ist es halt so. Dann, zum Wohl. Dann, zum Wohl. Kräftig, klar, 60,2, aber Leichte Würze. Das Bourbon-Fass kommt. Und jetzt aber, trotz der 60% Verhältnismäßig Samtig, cremig Leichte Süße Grasig Vollmundig Lang Wärmend Trocken wärmend jetzt Leichte Fruchtnote Grüne Apfel vielleicht Vielleicht wieder ein bisschen Birne Leichte Vanille Schön Sehr frisch Wie beim Bauern Wie so ein Heubein Diese schöne Unterschwindige Leichte Süße Sahnige Süße So richtiger Bonchi Karamell Bonchi Kräftig Grasig Speicherfluss kommt Und erst Wenn der Whisky weg ist Und diese Aromen So langsam ein bisschen Verblassen sich verteilen Kriegt er diese Eichenwürze Eine Komplexität hat Frucht Lang Zum Schluss So halb trocken werdend Der Mund ist voll Vanille Vanille Samtig Birne Langer Abgang Ich schmatze hier schon wieder rum Schönes Teil Das ist immer noch da Das läuft Wir haben so eine schöne Zitrus Vanille Note Jetzt im Nachklang In meinen Song Schön samtig Harmonisch wird er jetzt Aber man spürt ihn noch Ist gut Man kann ihn tränken Pur Wenn man ihn so auf 55 Vielleicht runter verdöhnt Kriegt man so ein bisschen Aus der Komplexität Noch ein bisschen mehr raus Schöner Whisky Ich bin der Meinung Der ist sogar noch zu haben Okay Wenn ich das Video hochlade Ich weiß nicht Wenn das sein wird Wahrscheinlich nicht mehr Aber es wird bestimmt Eine neue Abfüllung geben Wie die dann schmeckt Keine Ahnung Weiß ich nicht Schaut unten in die Flaschenteilung Vielleicht ist er ja noch da Oben Ein Abo Freue ich mich Ja Wer ihn probiert hat Schreibt mir einfach In die Kommentare Wie ihr ihn fandet Ansonsten Danke fürs Zuschauen Und bis zum nächsten Mal Mir ist immer noch warm Alles gut Schön für den Winter Also Jetzt aber Tschö Jetzt aber ich muss mich Also Ich bin der Ich bin der Schauspiel Und Ich bin der Ich bin der Da Ich bin der Zinn